jo leute was geht ab wir kommen zum weiteren part von let's play sieht mich in der vbk stehen ich habe gerade ein paar notizen gefahren klar nicht so viel glück gehabt oder drauf geschissen was seht ihr heute mein part ja sorry da sage ich mal schon mal dass jetzt wieder eine woche nicht kein video kam ich habe auf jeden fall ein video kleines gemacht das geht aber nur 30 sekunden lang das habe ich aber leider auch nicht gelistet bis das leider ich wollte es nicht listen das war eigentlich nur so ein kleines projekt was ich irgendwann mal weitermachen werde ja demnächst kommt noch so ein mixtape wie ich was hier eventuell im letzten part gesehen habt am ende seht ihr dass ich mir neue deuche kaufe für zehn millionen neue deutsche gekriegt habe für zehn millionen die werden dann im mixtape vorne sein es sind auf jeden fall pvm deuche die gehen gut ab habe ich sehr günstige kriegt zehn millionen solche und ja denn wie gesagt dass eine mixtape kommt lasst mir ein bisschen zeit und die woche kommt jetzt meine prüfung danach habe ich ein bisschen luft denn werde ich demnächst mal noch pvp part eventuell bringen das muss ich mir noch überlegen ansonsten ja das event auf jeden fall ausnutzen ja und deswegen habe ich das immer raus so wie gesagt das event werde ich dann auf jeden fall noch nutzen und darum werde ich auch wahrscheinlich darüber also über die zeit wo das event noch läuft es läuft ja noch bis zum 13 7 wenig an videos bringen und ach ja genau und nach dem event kommt auf jeden fall eine equipment show was ich zur zeit so besitze und ja da könnt ihr euch freuen ich kann euch hier zeigen moment das sind die hier unten das sind meine neuen pvp deuche die habe ich mir jetzt letztens gekauft weil meine ja nicht hoch gingen vielleicht lade ich das mal hoch die fail ab aktion ja irgendwie das glaube ich schon das zehnte mal dass ich meine an diese hier schon das zehnte mal dass ich die auf 9 gefällt habe 10 mal auf 9 mit schmiede handbuch es zum kotzen naja gut jetzt habe ich welche plus 9 ja alles klar gut dann hoffe ich dass ihr mich versteht dass ich es gern das event nutzen möchte ja bei den bios bin ich jetzt mittlerweile ganz gut weit gekommen noch ich glaube ich habe ich jetzt abgeben 28 notizen habe ich abgegeben das läuft ganz gut noch 22 bei elixir aus dem rat des schicksals gekriegt auf das mixtape könnt ihr euch echt freuen dass das da werde ich mir mühe geben ich hoffe das wird euch gefallen ansonsten viel spaß bei dem aufgenommenen clip gleich da rede ich auch noch dazu das ist natürlich dann live gefilmt und gelabert worden ja das ist eine kleine shopping tour mit meinem war so der brauchte immer wieder etwas neues weil ihm sonst etwas an kraft gefehlt hätte viel spaß zeit zum shoppen und zwar shoppen wir heute welpentrun ich habe es verpeilt mir mit dem shop zu holen ein paar stück da hatte ich ein bisschen der ja pech gehabt jetzt muss ich mir für 25 johann das stück kaufen ich hatte eben gerade noch eine hatte ich noch leider ist da keins rauskommen hier zweimal siegen des lebens ja mal gucken ob ich jetzt gleich eine rauskriege so hier ist der teuer weiße perle wollen wir nicht hier waren doch letztens doch noch ja blöderweise nicht geguckt obwohl welche sind gut glück losgelaufen weil die tage ja schon welche waren kann man auch ein bisschen anders durchgucken ja da auch 24 k 24 k das ist ganz gut eine millionen günstiger als die anderen ein mp ok nee und cool oh was hat der 2 und 15 schwert ne äh eventuell ist hier sogar ein ninja helm den ich mir kaufen könnte 9 millionen so ein ball 20 teufel 15 blitz 20 teufel 15 blitz 20 teufel also ganz gut für im war so ganz nett aber wenig tp das sehe ich dann stark ausgleichen da verzichte ich lieber und ne blieb mein hier wga 20 teufel 10 tp absolut das gleich die 15 blitzt er wieder aus scheint ja die zwölf beweglichkeit sind geil und die mund ist auch drin ja ist auf jeden fall besser als meins weil man jetzt hat nur 20 teufel und immun und palki hier hießen zehn halbis mit zu teuer zu teuer da ich gerade auch nur 400 million naja geil gut dann holen wir uns mal die babys ich mache die mal einzeln darauf lieber weil ich sagen kugel buch des anführers leider nicht nicht so viel glück nummer 4 drei bingens ja nummer vier war es aber gekauft drei fünf jo 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 beim fünften geiler shit alter der sura ist hier gold wert den da habe ich nämlich aus vier truen geholt und den aus fünf bingo leute ja voll gerade mal 100 kaka rausgegeben sehr schön das freut mich die geben wir schon mal schön zeit auch verpiss mich hier auch scheiße er hat keine zeit gefressen aber ich verpiss mich der hat mich der mich im visier oh mein gott kommt den gemützert den erlern wir noch aber ich habe keinen moon oh nein oder habe ich doch ich habe hier mund drauf kommt den ergang wird den ergang wird komm wir holen uns noch mal den kahn wo sind dahinten komm her put 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 eigentlich in die safe heute bist du da kann ich schade werden hier noch jemand fertigkeiten an jetzt fertigkeiten auch da der war so christian lmx nix mehr mit nix ein satz mit x das war wohl nix hihihi oh ey der macht die klinge an gg kollege gg alles klar geil fünf truen baby fünf truen so abhauen hier bevor ich auf die fresse kriege da war mir ups gerade verschluckt so dann sehen wir uns irgendwie gleich mal bei der nächsten szene bam dann